Hallo liebe Bücherfreunde, ich bin Tim Pröse, ich bin freier Journalist und Buchautor. Ich habe angefangen mit dem Buch Jahrhundertzeugen, die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler. Dann habe ich die Biografie von Dieter Hallervorden geschrieben und von Mario Adorf. Ich habe ein Buch über die Samstagabendhelden geschrieben, mit denen wir groß wurden. Ja, und jetzt erschien mein jüngstes Buch, Jan Fedder, Unsterblich, die autorisierte Biografie im Heine Verlag. Und das Wunderbare ist, dass es dieses Buch aus dem Stand heraus geschafft hat, in die Spiegel-Bestsellerliste, unter die Top 20 und sogar auf Platz 1. Und das verdanke ich dir, lieber Jan, im Himmel. Das ist dein Werk. Dieses Buch ist ja schließlich auch dein Vermächtnis. Du riefst mich vor einem Jahr an und sagtest, es wird doch jetzt mal Zeit, mein Leben mal aufzuschreiben. Und schon waren wir verabredet. Etwa ein Dutzendmal habe ich dich im letzten Jahr begleiten dürfen. Ich habe dich besucht in deiner Wohnung auf St. Pauli, auf deinem Bauernhof in Schleswig-Holstein, am Filmset. Und jedes Mal schien es mir so, als würde die Zeit aussetzen, als würde die Zeit stillstehen. So was gibt es nur mit dir. Wenn du erzählt hast, verlor man das normale Zeitgefühl. Und auch deswegen bist du für viele, die dich mögen, nicht gestorben. Du selbst sagtest, was bleibt von einem Menschen? Seine Knochen und seine Geschichten. Ich habe mein Leben gelebt, wie ich es wollte. Direkt und unverfälscht. Das hier ist meine Geschichte. Von Anfang bis Ende. Der Mann am Wasser sagt, das sei der Wind. Der sei schuld daran, dass seine Augen jetzt so schimmern. Und nicht etwa all das Schöne und Schreckliche, an das er sich erinnert in diesen Tagen. Denn der Wind, der weht ihm mitten ins Gesicht, hier am Hamburger Hafen. Lebenslänglich schon. Meist kommt er von vorne, selbst wenn der Mann für dieses Buch lange und weit zurückblickt. Und wenn der Wind mal nicht von vorne kam in seinem Leben, sondern von der Seite, von hinten oder sogar von tief unten, dann spürte er das als Schauspieler gleich und drehte sein Gesicht wieder dahin, wo er herkommt. So wie jetzt da an der Hafenkante. Nein, nicht etwa, weil er im Leben stets nach vorne schaute. Ganz im Gegenteil, dieser Mann lebte ziemlich in seinem Gestern. Er schnappt mit seinem großen Zinken ein paar kräftige Züge dieser Luft, die nach Salz und Fernweh schmeckt. Oder bloß nach Brackwasser. Dabei sperrt er beide Nasenflügel weit auf. Er kann sie beben lassen, wie ein Rennpferd seine Nüstern. Das ist eines seiner Markenzeichen. Oder wie es ein alter Zirkusgaul tut, der nur noch dann lostrabt und dabei schnaubt und japst, wenn das Licht angeht in der Manege. Trotzdem. Es sieht dann bei ihm meistens noch so aus, als würde er mit seinem Nasenflügelbeben etwas wittern. Etwas erspüren, das in der Luft liegt. Die Frauen schmachten danach. Dazu zieht er die eine Braue etwas nach oben. Die andere legt er tiefer, so als nehme er ein Ziel ins Visier. Oder als zwinkere er jemanden zu. Fast schon fertig ist dieser Mann dann mit seiner Pose. Aber halt, jetzt noch den Hans Albers Gedächtnisblick schärfen und mit dem dann starr am Horizont entlang schauen. So wie damals auf der Brücke von U 96, als er den Matrosen Pilgrim spielte in das Boot. Das war das Wichtigste in meinem Leben, dass ich da dabei war, sagt Jan. Und wie er diese Worte so dahin feddert und die steife Brise sie fast schluckt, öffnet er seinen geliebten Ledermantel mit den Silberknöpfen. Denn dann bläst der Wind in ihn hinein und bläht ihn auf wie ein schwarzes Segel. Er lässt ihn hinter ihm herflattern und knattern wie eine Fahne. Fedder geht's nicht. Viel Zeit bleibt ihm nicht, die perfekte Pose zu genießen, denn dann haben sie ihn schon erkannt, hier unten am Hamburger Hafen, ganz nah bei der Überseebrücke, an der er groß geworden ist. Und wenn sie ihn hier erkennen, gibt es einen Tumult. In einer Traube stehen die Menschen bald schon um ihn herum, bannen den Moment mit ihm in ihre Handys und plündern seine Autogrammkarten. Sind die alle weg, reichen sie ihm Zettel oder strecken ihm ihre Hände und Arme hin für ein Autogramm, bis es nichts mehr gibt, auf dem er unterschreiben kann und die Menschen ihn stattdessen noch einmal umarmen und berühren. Als er noch rauchte, hatte er für solche Fälle noch immer seine Schachtel mit den Kippen. Die öffnete er und unterschrieb auf den Zigaretten. Wenn die aus waren, zerpflückte er die Schachtel in kleine Schnipsel, aber selbst dann wären noch ein paar Menschen leer ausgegangen. Deswegen nestelte er auch noch das kleine silberne Papier aus der Schachtel und riss es in Streifen, bis alle ihr Autogramm bekommen hatten und Jan alles gegeben hatte. Ja, lieber Jan, du hast immer alles gegeben. Dafür Dankeschön. Und wenn dieses Buch ein Denkmal ist aus Zeilen und wenn sich die Menschen an dich erinnern, wenn sie es lesen, dann bin ich glücklich. Ich habe hier immer noch an meinem Arm das Einlassband für deine Trauerfeier. Für deine Trauerparty. Im Zwick auf der Reeperbahn. Deine Trauerfeier dort war an deinem 65. Geburtstag und sie war eine Feier für das Leben. Und auf diesem Band steht, bis dann Jan. Und liebe Lesefreunde, es war mir eine Freude, dass ihr mir zugehört habt und ja, dass ihr an Jan Vedder denkt und ihn nicht vergessen werdet. Bis dann, Jan. Euer Tim Bröse Euer Tim Bröse